Hallo und willkommen zu unserem Wetterbericht mit ich Charlotte Seisolf. Und jetzt bist du dran, Theo. Woll! Es ist heiß und wird es den ganzen Nachmittag sonnig sein. Aber gestern war es super kalt. Morgen wird es auch heiß. Zurück zu Theo für ein Interview. Hallo, Theo. Hallo, Charlotte. Ich bin hier mit Frau Schnitzen. Also, Frau, wie geht's dir? Furchtbar. Warum? Jeden Tag komme ich zu dem Park für meinen Spaziergang. Aber gestern war es zu kalt. Ich hatte keinen Mantel. Er war schlecht. Ach, yes. Danke für deine Zeit, Frau. Das war ich, Theodor Schilletto in Regent Park. Guten Nacht.